Verwandeln Sie Ihre Küche in eine Backstube, die Ihnen immer frisches Brot liefert. Und dazu müssen Sie nicht mal einen Finger krumm machen, denn dieser Brotbackautomat BA2100 macht das für Sie. Von Brot über Pizzateig und Kuchen bis hin zu Konfitüre ist mit diesem Allrounder alles möglich. Zwölf Backprogramme sorgen jederzeit für optimale Ergebnisse. Mit den Tasten Stufe und Gewicht legen Sie fest, wie knusprig und schwer Ihr Brot sein soll. Mit der Timertaste können Sie den Start des Backvorgangs gezielt einstellen. So bäckt der Automat zum Beispiel nachts. Am Morgen ist das Brot fertig. Kneten, Backen oder Konfitüreherstellung funktioniert immer gleich. Zuerst die Zutaten einfüllen, dann die Auswahltaste drücken und das gewünschte Programm wählen. Dann die Starttaste drücken und der Backautomat legt los. Lockeren Toast, kerniges Vollkornbrot, Pizzateig, saftige Kuchen. Der Automat erledigt alles selbstständig. Ein Signalton zeigt an, wenn er fertig ist. Und damit Sie auch gleich loslegen können, liegt unserem Brotautomaten auch gleich ein Geschenkset mit drei Backmischungen unseres Partners Hobbybäcker.de bei. Den mitgelieferten Einkaufsgutschein im Wert von 10 Euro können Sie auf der Hobbybäcker-Webseite einlösen. Dort finden Sie eine große Auswahl weiterer Backmischungen. Eigenes Brot frisch auf dem Tisch. Mit dem Brotbackautomaten BA2100 ist das kein Teufelswerk. Schmeckt aber trotzdem höllisch gut. Mitgelieferten